Willkommen zum Basic-Video des Lernzyklus Gleichungen lösen mit Äquivalenzumformungen. Hier spricht wieder Philipp. Im letzten Video haben wir bereits Gleichungen gelöst, indem wir eine Äquivalenzumformung durchgeführt haben. Jetzt sehen wir uns Gleichungen an, bei denen wir mehrere Äquivalenzumformungen nacheinander durchführen müssen. Hier kommt die erste Aufgabe, die ich mit dir bearbeiten möchte. 3 mal x plus 1 ist gleich 52. Die Aufgabenstellung lautet, löse die Gleichung. Erinnere dich daran, dass in vielen Aufgaben das Malzeichen nicht angeschrieben wird und die Gleichung auch so aussehen könnte. Bleiben wir bei der Schreibweise aus der Aufgabenstellung. Wenn wir eine Gleichung lösen, wollen wir alle Ausdrücke, in denen eine Variable, also hier ein x, vorkommt, auf die eine Seite der Gleichung bringen und alle Ausdrücke, die nur aus Zahlen bestehen, auf die andere. Auf der rechten Seite steht bereits nur eine Zahl, auf der linken Seite steht ein Ausdruck mit x und ebenfalls eine Zahl, nämlich plus 1. Um dieses plus 1 aufzulösen, müssen wir die Umkehroperation durchführen. Das Gegenteil von plus 1 ist minus 1. Erinnere dich, jede Äquivalenzumformung müssen wir auf beiden Seiten der Gleichung durchführen. Schreiben wir das noch einmal an. Auf der linken Seite bleibt jetzt nur mehr 3x übrig, genau wie wir es wollten, denn plus 1 minus 1 ist gleich 0. Auf der rechten Seite berechnen wir 52 minus 1 ist gleich 51. Jetzt haben wir die Gleichung 3 mal x ist gleich 51. Wir wissen also, dass 3x 51 ergeben. Wir wollen aber den Wert von einem x berechnen. Deshalb führen wir die Äquivalenzumformung dividiert durch 3 durch. Auf der linken Seite erhalten wir jetzt ein x. Auf der rechten Seite berechnen wir 51 dividiert durch 3 ist gleich 17. Und wir haben unser x berechnet. x ist gleich 17. Haben wir uns auch sicher nicht verrechnet? Machen wir die Probe. Die Gleichung lautet 3 mal x plus 1 ist gleich 52. Wir haben die Lösung x gleich 17 berechnet. Bei der Probe setzen wir jetzt diese Lösung für x ein und berechnen, ob auf beiden Seiten der Gleichung derselbe Wert herauskommt. Wir setzen 17 in die ursprüngliche Gleichung ein. 3 mal 17 plus 1 ist gleich 52. Auf der linken Seite multiplizieren wir 3 mal 17 ist gleich 51. Die rechte Seite ist bereits fertig ausgerechnet. Jetzt addieren wir auf der linken Seite 51 plus 1 und erhalten 52 ist gleich 52. Diese wahre Aussage bedeutet, dass unsere Lösung richtig ist. Wir haben mit x gleich 17 die richtige Lösung gefunden. Hier kommt Aufgabe 2. Hier kommt Aufgabe 2. Ich schreibe die Äquivalenzumformung nicht mehr auf beiden Seiten der Gleichung dazu. Das schaffen wir bereits im Kopf. Wichtig bleibt aber, dass wir sie immer auf beiden Seiten durchführen. Auf der linken Seite bleiben nur mehr 6x übrig, denn minus 5 plus 5 ist 0. Auf der rechten Seite berechnen wir minus 1 plus 5 ist gleich plus 4. Wir haben auf der linken Seite nur mehr einen Ausdruck, der x enthält. Auf der rechten Seite sind noch zwei Ausdrücke. Einer mit x und eine einzelne Zahl. Wir wollen, dass auf der rechten Seite der Gleichung nur mehr eine Zahl übrig bleibt. Um die 2 mal x aufzulösen, rechnen wir minus 2 mal x. Auf der linken Seite steht 6 mal x. Davon ziehen wir 2 mal x ab. Es bleiben also noch 4x übrig. Und auf der rechten Seite bleibt nur mehr 4 übrig. 4x sind also gleich 4. Sicher weißt du schon, was unser letzter Schritt ist. Um 1x zu erhalten, müssen wir zum Schluss noch dividiert durch 4 rechnen. Also die Zahl, die vor dem x steht. 4x dividiert durch 4 ergibt x und 4 dividiert durch 4 ergibt 1. Und wir haben unser x berechnet. x ist gleich 1. Machen wir wieder die Probe. Die Gleichung lautet 6 mal x minus 5 ist gleich 2 mal x minus 1. Wir haben die Lösung x gleich 1 berechnet. Setzen wir wieder diese Lösung für x ein und berechnen, ob auf beiden Seiten der Gleichung derselbe Wert herauskommt. Wir setzen 1 für jedes x in der ursprünglichen Gleichung ein. Jetzt rechnen wir die linke und die rechte Seite unabhängig voneinander aus. Auf der linken Seite können wir 6 mal 1 multiplizieren und auf der rechten Seite 2 mal 1. Wir erhalten 6 minus 5 ist gleich 2 minus 1. Auf beiden Seiten kommt 1 heraus. Wunderbar! Weil wir auch hier eine wahre Aussage erhalten, stimmt unsere Lösung. x ist gleich 1. Im nächsten Video, dem Basic 2, beschäftigen wir uns mit Gleichungen, bei denen wir zunächst ein bisschen für Ordnung sorgen müssen, bevor wir unsere gewohnten Schritte anwenden können. Im letzten Video wollen wir dann auch Gleichungen lösen, in denen Klammern vorkommen. Hier geht's zum Basic 2.